AAAAAAAA Willst du auch nochmal fliegen? Dann musst du den Raum anziehen. Hast du schon an, ne? AAAAAAAA So, machen wir mal wieder aus. Nein! Nicht! Papa, kannst du dich mir aufschreiben? Entschuldigung. Okay, dann haben wir den Schuss, die hat mir die ganze Zeit nicht gegeben. Nein, ich selber! Guck mal, wie hoch du fliegst. Bist du noch in der Luft, Killer? Nein. Ah, ich misch schon wieder da. Ich dachte schon. Übrigens kann ich auch damit Schafe wegschießen. Und wann kommst du wieder zurück? Oh, es wird dunkel. Schnell ins Zelt, Robert. Ich bin auf die Luft. Jetzt bist du im Welterhalt. Es steht auch in dem. Ich komm nicht mal runter. Aha. Ich komm nicht mal runter. Ich komm nicht in der Luft dann auch weg. Aber ich such gerade unser Haus. Ich bleib halt in deiner Nähe. Wo war nochmal unser Haus? Ja, hier sind auch Schafe, aber es wird grad dunkel und wir dürfen hier nicht cheaten in der Welt. Wo bleibt denn jetzt der Robin? Kommst du wieder runter? Irgendwann mal? Nein, der will, dass ich so bin. Nein, der will, dass ich so bin. Nein, du bist im Weltraum. Da schwebt man. Das dauert einen Moment. Ich teleportier dich dann zum Zelt, Robin, ja? Ja. Nur wenn ich das Zelt finden würde, wäre das halt cool noch. Ja, ich weiß noch nicht. Ja, da hab ich direkt so die Leuchtflagge hin. Hier, Killer, da kannst du auch kommen. Spinnen! Oh, shit, oh. Diese, diese Schafe. Da! Oh, oh, oh. Keine, du. Du musst alle kürzen. Schnell dahin. Und, bist du schon am runterfliegen wieder? Sicher? Ich bin immer nur im Weltalp. Bist du noch nicht am runterfliegen? Wo ist der Bord eigentlich im Weltalp? Wo ist die Sonne? Die Sonne ist dir. Hallo. Warte mal. Creeper, hallo. Hi. Das geht nicht. Oh, der dauert einen Moment. Creeper will doch runterfliegen. Oh, Mann, kannst du das? Flick, Lara. Da ist keine Monster. Ist alles von dir gut. Ne, können wir nicht, Robin. Wir haben gesagt, wir tun auf dieser Welt nicht zaubern. Oh, hier sind ganz viele Creeper. Ich muss hier entdecken umgehen. Ein Skelett? Ja, ich sollte hier ganz schnell weg. Du kommst gleich runter. Das dauert halt was. 10.000 Meter dauert halt bisschen was. Aber ich habe dich in den Weltraum geschossen. Das sind 10.000. Das dauert halt. Ich habe einen goldenen Apfel. Reisgelett. Ist das Reisgelett? Aha. Guck du lieber hin, ob du schon wieder runterkommst. Wenn du noch nicht runterkommst, dann dauert es halt noch im Moment. Vielleicht kommst du erst wieder runter, wenn es schon wieder hell wird. Aber man, wir spielen ja mitten auf den Weg. Ich muss jetzt schnell ins Zelt. Schnell rein hier. Hey, schau doch. Warum ist die Tür zu? Warum schau dir doch? Ja, es geht auf einmal zu. Wir können doch schaufen. Guck mal rein hier. Wir können doch schaufen. Ja. Das geht aber mit ohne Mist nicht. Mit ohne Mist geht das nicht. Warte mal. Im Weltraum bin ich doch. Ja, kann ich doch nicht schaufen. Ich habe sieben Worte. Bist du im Bett oder wo bist du? Ich? Ja. Nee. Ich bin gerade weg. Ob du dich schon wieder teilen Schuh machen oder was? Ja, klar. Ich muss ja warten, bis Robby wieder runterkraft hier. Mein Helm ist kaputt. Das dauert einen Moment. Da, guck mal. Da kommt schon die erste Wolke, war alles. Gleich kommst du wieder. Gleich bist du wieder da, Robby. Keine Sorge. Darf man Speck benutzen? Ja. Das ist ganz schön. So wenig wie möglich halt einfach. Das andere ist wohl nicht. Noll. Wo war ich? Du kommst gleich wieder runter. Du bist auf jeden Fall. Du bist immer noch da, wo du vorhin warst. Ich teleportier dich dann zu mir einfach. Ich hab den Back gefunden. Ich hab den Back ans Decken gefunden. Ja, das ist nicht gut. Wo bin ich? Ich teleportier dich gleich her, Robby. Keine Sorge. Ich bin noch wieder runter. Ja, bist du wieder runter? Ja, bist du wieder runter? Ja, ich mach Elf. Let's play mit Robin gerade. Ich seh die Sonne schon wieder. Ich seh die Sonne schon. Jaaa, wunderbar. Jaaa, wunderbar. Ich bin jetzt im Balkan, wo ich sie schon ist. Genau, bist nicht mehr im Weltraum. Vielleicht siehst du Boden auch schon? Äh, äh. Noch nicht? Ich seh nur schwarz. Du siehst nur schwarz? Ich seh nur gerade im Wald. Oh mein Gott. Ich seh irgendeine Frage sind Kinder. Es sieht wie Bomben aus, die auf die Welt gehen. Mhm. Wie hart hast du den Rappen denn da raus? Kommt der jetzt runter? Kommt der jetzt runter? Kommt der jetzt runter? Und, kommt der denn runter, Robby? Da steht noch 5, 4, 3, 3, 1. Das war Killer, die gerade rausgegangen ist. Ich bin wieder da. Und dann noch 5, 4, 3, 2, 1. Bis jetzt schon unten? Äh, äh. Immer noch nicht. Oh, wei. Wie lange dauert das? Nie mehr. Klar, hast du schon eine Wohnung? Vielleicht nochmal ab und ab? Nee, das bringt nichts. Ich weiß aber, wo wir noch? Das bringt nichts. Hast du noch Farbe, Robin? Ich hab keine Farbe mehr. Ich hab noch Kakao. Hab ich dir alle Farbe gegeben? Kann es sein, Robin? Gelb und Rot? Äh, äh. Nur Gelb. Die hab ich selber gemacht. Doch, warte einfach. Der fällt schon von selber runter. Keine Sorge. Einfach warte. Einfach warte. Was geht denn hier? Ja. Mach das Bild groß mit F11. Was machst du denn? Robin. Ja, das kommt schon noch runter. Ja, das kommt schon noch runter. Ah, das kommt noch nicht. Ich will mal die Farbe verteilen. Nein! Bist du runter... Ah, weil ich dich runter teleportiert hab. Ja, aber jetzt bist du da. Wenn du jetzt wiederkommst, dann bist du bei mir. Da ist das Schild. So kannst du wieder光nen. Ich habe mich behauen. Where is there from? Nein! Bei mir ist der Musi, die In-So. Wer hier Krieg anfängt, hat Fech gehabt? Nein! Papa? Du, du hast doch das Schild gesehen. Da hast du schon das Haus. Hast du ein Blick schon gefunden. Du сделать gleich deine Rolle zu Everything 側 auf dem Haus, na? Au! Mann ey, wolltest du das? Du hast hier nur mehr Hand zugeführt als ich hier. Hast du nur noch ein halbes Herz? Ja, ich auch. Ob du wolltest ein Herz? Ja. Bitte? Ne, Robin, weil das ein langer, langer Zeugnis fehlt ist. Ich will aber... Bitte. Bitte. Bitte, Papa. Moment, Robin. Ich hab den Robin gefunden. Oh, das ist aber ein blauer Creeper. Ich hab deine Golde und deine Schere und alles. Bist du da, Robin? Ich wurde auch von einem blauen Creeper gehauen. Du wurdest von einem blauen Creeper gehauen? Ja. Hier ist keiner beim Kämpfen, Robin. Da bist du. Hallo. So, warte mal. Robin, hör auf. Und gemacht Boom. Hör auf. Wir machen nix Boom mehr. Ich geb dir jetzt deine Sachen wieder. Also, hier hast du eine Schere. Dein Schwert ist weg. Wer hat denn dein Schwert? Wolke? Nein. Dann kommt nur die Schere. Ja, dann nimm nur die Schere. Aber den Schwert brauchst du auch, wenn was kommt, den entgegen nicht zu kämpfen. Okay. Warte, kannst du mit der? Hä? Was ist das hier? Was ist das denn? Was ist das denn? Ich will die Wolke anfangen zu bauen, ohne fertig zu bauen. Ich könnte mal machen. Okay. Ich glaube, der darf jetzt ausstehen. Die ist nicht fertig, das sieht aus wie ein Klo bitte. Naja. Stimmt, das sieht aus wie ein Klo. Vielleicht ist es das Klo. Frag mal Wolke. Nein, das ist ein Klo. Natürlich ist es ein Klo. Das ist ein Klo. Mann, oh. So, was brauchst du Robin? Brauchst du irgendeine Rüstung? Einen Helm oder sowas? Naja, ja. Papa, muss ich mal das aufzweigen? Nein, darf ich nicht. Weil das ein Zauber für diese Welt ist. Mann. So, wo ist der Helm hier? Da hast du den Helm schon mal. Hä? Ja. Papa, muss ich mal das aufzweigen? Nein, darf ich nicht. Da ist er weg. Ah! Weißt du? Ja. Hast du das Schwert auch schon? Nein. Hier ist das Schwert. So, dann mach ich dir noch eine Spitzhacke, damit du zur Not ausgraben kannst. Und eine Schaufel vielleicht noch, oder? Wo sind die? So. Hä? Weißt du? Wo ist die Schaufel? Die hab ich noch nicht gebaut. Ich hab nur gefragt, ob du eine brauchst. Papa? So. Wo ist meine Brust? Wo ist meine Brust? Kaputt. Und meine Schuhe und meine Hose. Ist alles weg. Was fehlt dir jetzt noch? Eine Axt, oder? Mein Leder. Das Leder, das du mir gegeben hast. Die Axt fehlt auch noch, oder? Robin, kommst du mal her? Äh. Na dann kriegst du keine Axt. Fertig. Papa? Kannst du ein bisschen die Luft? Aber nicht so hoch. Aber nicht so hoch, denn es ist ein Leuten. Ja, ne Hose kann ich dir brauchen. Aus Leder. Komm her. Papa, ich kommen her. Papa, ich komme. Bau, ich so hoch. Komm mal her, Hobe. Bau, ich so hoch. Hier drauf. Bau. Bau, ich so hoch. Sieh mal. Jetzt hast du immerhin eine Hose im Kopf. Hallo. Hallo. Hey. Ich will nicht zu Tieren. Du bist ein Exodierer. Ich bin zu Tieren. Ich bin zu Tieren. Oh, Böden. Hier ist keine Kampfwelt. Wir erforschen die Welt.